Ja, Jungs, wie finden wir das denn jetzt eigentlich hier so im All? Wunderbar, wunderbar. Also, ist ja für mich das erste Mal, nicht? Ist ja ganz neu alles, toll. Also, für mich nicht. Ich war schon mal ein Jahr lang, habe ich auf der Venus gelebt, ja? Was war? Ja, logisch. Sag mal, gibt's da Lebewesen? Ja, aber ich bitte dich, die Venusianer, tolle Typen, die haben, halt dich fest, 16 Arme, 16 Arme haben die. Was hast du denn da gemacht? Ein Jahr lang nur Hände geschüttelt.